Es ist viel los im Leben von Sarah Engels. Hochzeit, Schwangerschaft, Karriere und jetzt schafft sie sich ein zweites Standbein als Unternehmerin. Das ist natürlich jetzt ein komplett neues Business, wo ich auch viele Dinge neu lerne, wo ich Dinge kennenlerne, eine neue Herausforderung auch annehme. Aber darauf freue ich mich und ich glaube, das wird ganz cool. Sarah ist Teil des Teams von Mia und Ben, einem Food-Unternehmen, das mit seinen pflanzlichen Kindersnacks jetzt den deutschen Markt erobern will. Ich finde das Besondere an Mia und Ben ist, dass es nicht nur gut schmeckt, sondern dass es eben auch gute Produkte in sich behält. Nämlich wir sind nachhaltig und wir haben auch so ein bisschen Quatsch für die Kinder mit dabei. Quatsch für die Kinder gab es auch beim Fotoshooting. Und natürlich durften sie auch schon die neuen Obstjoghurt-Sorten ausprobieren. Als Kind wäre Sarah da vielleicht nicht ganz so begeistert gewesen. Ich habe als Kind tatsächlich am liebsten Süßigkeiten gegessen. Ich glaube, alle Kinder essen gerne Süßigkeiten. Ich bin ganz anders groß geworden damals. Also da war das noch nicht so, dass man so viel Wert auf die Ernährung gelegt hat. Aber heute ist es schon, da merkt man einfach, wie wichtig das ist, wie man nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Körper was Gutes tut. Und da legt man eben viel mehr Wert drauf als damals. Also ich hatte, ich mochte gar kein Gemüse, weil man mir das aber auch nie so vorgelebt hat. Privat ist für Sarah jetzt natürlich gute Ernährung wichtig. Und Sohn Alessio macht es ihr da leicht. Ich war immer schon sehr dankbar, dass Alessio sehr viel Obst, sehr viel Gemüse gegessen hat und würde mir auch wünschen, dass er später auch seinen Kindern das so beibringt. Gut, eine Ausnahme gibt es dann doch. So Spinat, das ist für ihn das Schlimmste, wenn es das zu essen gibt. So Spinat, das ist für ihn das Schlimmste, das ist für ihn das Schlimmste, das ist für ihn das Schlimmste.